Ich war in Berlin, um Content zu drehen und um Menschen anzuschreien. Hallo! Erstmal die Drehfunktion des Stuhls testen, so tun, als könnte ich lesen und Bilder angucken. Und ständig sollte ich irgendwas in der Kamera sagen. Immer wenn ein Klavier irgendwo rumsteht, kann ich es nicht sein lassen. Wie so ein kleines Kind, das einen Mitschülern sagt, ich kann auch Klavier spielen. Und dann versucht mit alle meine Ähnchen zu flexen. Oh, hallo! Das machen wir nicht. Ich möchte mich öffentlich dafür entschuldigen. Ah! Dafür nicht. Dann sind wir noch schnell Treppen gerannt. Wie ihr sehen konntet, damit ich in Malmö nicht so fett bin, da haben sich viele Leute von euch Sorgen drum gemacht. Dann gab es noch illegal unangemeldete Straßenmusik in Berlin am Alexanderplatz. Hat dabei eh keinen gejuckt. Außer den Dude da, der hat es irgendwie gefeiert. Und die beiden da, aber vielleicht haben die nur eine Gelegenheit zum Sitzen gesucht. Das war nichts. Und zum Abschied noch, irgendwelche Fremden mit tiefgehender Lyrik belästigt. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.